Ich bin Stefan Stiefel, ich bin Geschäftsführer der Gana Sportkarte seit 2003. Und wir gehen jetzt gerade an den Ballen, der am 22. Februar 2021 bezugsbereit ist. Wir gehen jetzt gerade auf den Showroom runter, auf den BMW-Teil, wo uns gerade frisch gelettet wird. Der Showroom hat Platz für zwölf Fahrzeuge. Es ist aber auch ein Arbeitsplatz für vier BMW-Verkäufer. Es gibt drei Personen am Empfang. Und für die sind auch eins benötigt. Plane ist, dass man bis Ende Dezember das Haus fertig bringt, dass wir eine Abnahme machen können. Und im Januar gibt es dann nachher Installationen hauptsächlich vom Showroom, wo die ganze Gestaltung, die ganze CI-Vorschrift von BMW und MINI umgesetzt wird. Gleichzeitig installieren wir auch das ganze CI von Alpina. und planen ist, dass wir am 22. Februar einziehen. Aber beim nächsten Mal. Ander Sopfer Gotter Mit 15. Februar mit 15. Februar mit 15. Februar